So, hallo Leute, willkommen zuerst bei Megamari, und so geht's mir noch das Nervengefekt. Äh, ich hab irgendwie kein Konto irgendwie. Auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir die Gesamtaufnahme noch nix erreicht, was natürlich total toll ist und so. Ja, ich will vielleicht bauen. Aaaaaaah. Wow. Wow, fängt das gut an. Ich muss das wegnehmen, irgendwie wird das noch nix. Okay, ab nächster versuche ich die FMO zu besiegen. Jetzt wird's wahrscheinlich schlauer. Ja, das war... ...viel Absicht. Glaub ich. Glaub ich sage ich, warum... Äh, egal. Wie geht's hier zu besiegen, oder? Was hab ich denn? Ja. Ja, komm, nee. Oh, hab ich getötet. Ich sollte mich töten. Was soll ich das? Ich weiß es auch nicht. Äh... ...Stage weg, wenn ich... ...ich überlege. Ich will euch eigentlich mal den Boss zeigen. Eigentlich nicht nur zeigen, ich wollte sie auch besiegen. Ich überleg jetzt mal, wie ich an die vorbeikomme. Ich glaube, ich bin schon toll. Ich bin schon toll. Ich bin schon toll. Danke. Ready, ruhig mich jetzt nochmal. Nee. Gut. Jetzt weiß ich, wie ich da noch vorbeikomme, ohne Schaden zu nehmen. Sehr schön. Ja, natürlich nicht der Schaden. Aber immer nicht so viel, denn ich bin ja mit allen Berührungen... ...und ein Viertel, ja. Was ein bisschen krass ist. Komm, Alice. Ja, 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 ja. Ja. Das war doof. Komm. 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 Ich musste den Mittelpunkt erreichen. Okay. Ich verstehe. Ich würde jetzt den nächsten Leben, mal轄zen. Ich würde jetzt den Up-Reichern, wenn ich den nächsten Schaden bin. Wer ist denn schon, Polar Stan? Ja, ich bin da auch. Diese Aufnahme, die ist so sinnfrei, die gefällt mir überhaupt nicht. So, jetzt kommt der echt wieder, dieser bühne Sprung. Nein! Das Video ist ein Stigma. Nein, sorry. Ja, jetzt hörst du euch noch zu. Ich bin weg dem Stage. Irgendwie gab es ja auch gar nichts. Ja, jetzt bringst du mich drüber. Interessant zu wissen. Wir wechseln die Stage. Wir probieren mal... Äh... Wie spricht du das aus? Jujuko. Jujuko, okay. Das war, glaube ich, die ich als allererste probiert habe. Wo ich für mich gespielt habe. Und das also zu testen, was ich zuerst mache. Und ich bin, glaube ich, nicht so weit gekommen. Allerdings, glaube ich, dass es wieder, dass es auch in einem... Äh... An Gegnermassen gescheitert ist. Aber ich dachte, ich habe schon jetzt exakt cool als was. Ah, genau. Und hier gab es ja diese... Großen Laternen. Ich habe sie ja zum ersten Mal gesehen. Das wäre eine große Laterne, nämlich die. Ja, warum auch nicht? Was geht denn mit dir ab? Wo geht das? Vielleicht haben wir ja hier mehr Erfolg. Ja, das war unmöglich. Nee, wir sind ja sehr sicher wichtig. Komm' Wie fieldte so aus? Hört mal. K chronic. Ich hощ mich nicht. Bei jedem Traum. Oh, Moment'm. Ich soll keine Zeit mit den holsten. Ja, super rechte Karate Komm, ich glaub Wir haben noch die Entschädigung So Okay, okay Und weg Nein, 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 nein Genau, die Stelle vielleicht auch noch den ganzen Raben Okay Opa Danke Komm Okay Ich ist hier ja mittelfunkweise Aber ich erinnere mich grad, glaub ich, dass der Bedge ziemlich lang war Ich, ja Ich hoffe, dass die nicht weit gekommen bin, aber irgendwie kam kein Ende Hm Ich glaube, ich müsste jetzt so mit der Punkt, ja, ich starbe, aber hier bin ich nicht mehr Und ich glaube, ich bin hier absolut nicht Genau, ja Ich bin die Camper ja auch schon Ich bin aber auch nicht schneller, ich kann es hier so springen oder so Es wird eigentlich weniger Ja, schnell einfach Genau so Na, die könnte auch damit ein Punkt gewesen sein Was ist das? Allergie Das ist schön Hm Nein Ihr seid so dumm Ich bin zu spät gesprungen Oh, ich hab mich verpflichtet Oh, jetzt wird's Alter Alter Ich dachte, wie was, was tue ich da? was tue ich da? Ja komm Mann Jetzt hab ich ein ganzes Leben dafür verschwendet Weil ich nicht richtig gesprungen bin Anscheinend Auf dieser dummen Stelle habe ich jetzt 2 Leben verloren, toll! Da haben sie gesagt, ich sollte mal Marika heilen! Aber was denn da geht, toll! Wow! Ah, wie viel, werde ich denn jetzt hier geheilt? Alter, was geht hier ab? Ich guck einfach nochmal, wie weit ich jetzt noch komme... Oh, das ist gut! Wenn ich jetzt ein Leben kriegen will, dann wäre ich zufrieden! Ja, komm! Ich kriege es! Ich bin auf dem Weg einfach so! Okay, hauptsache, ich kriege mich mal von runter! Okay, einfach nicht springen! Die Steine da waren aber nicht gerade nett gesetzt! Muss ich ja mal so sagen! Oh ne, nicht die Todesfee! Dann geht es, oben. NICHT! 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 Hört? Ich bin jetzt doch wieder auf... Ja, top! Lass das Schicht ausmachen Oh nein, nicht gibt Blöcke Aber okay, jetzt eine leichte Form davon So Leute, da bin ich wieder Kurze Pause und weiter geht Ja, weiter, jetzt bin ich damals nicht gekommen, weil ich glaube ich damals auch nur mit Eigenleben Und bin dann total runter... Bin dann abgestürzt Das... War nicht gut Der Fick geht ja noch Kämpfen neben... ...haut keinen, aber das hier ist ein bisschen passiert Aber das hier ist ein bisschen passiert Ich weiß wie der Weg ist Ja, und springt zu früh Geh den Gegner rein, natürlich Äh... Das Problem, weil der Stage ist lang Zu lang Nochmal Ah, komm Komm, komm, komm Ich muss mich nicht kurz ausbauen Ah, ich muss mich nicht kurz ausbrechen Gut So, au Komm schon Stimmt Sterbt, sterbt, sterbt Ohhhhh Das ist Das ist da kein Wow, hab ich jetzt getan AHHHHH Vielleicht hab ich irgendwie auch kein Geld mehr Oh, Leben Könnte ich noch weitermachen? Oh ne, jetzt hab ich schon viel Energie verloren Ich hab kaum noch Energie zu verdienen Kommt Durch Oh Kommt Kommt durch Kommt Kommt Ach Den Punkt Erreiche ich noch Oh Gott Smart Durch Richtig Oh Scher Mittelpunkt Sehr gut Ok Und Okay Ja, das wird jetzt sowieso kein Sinn mehr. Oh, der Mittelpunkt. Okay, komm. Ganz ruhig jetzt. Oh, oh nein. Oh, ich hab trotzdem Energie verloren. Oh. Ich stelle hier würde ich mal kein Leben kosten. Okay. Ich brauche viel Wachenergie. Man läuft sogar eng, aber jetzt ist sie fast wieder. Toll. Nein. Das wird jetzt gleich erst weitergehen. Energie. Und Leben, und Leben. Danke. Und da gibt's denn noch irgendwas. Energie. Ah, scheiß ich. Nein. Jetzt, wo ich's wirklich gebraucht hätte. Ja, Mad. Ja, ja, die Sache. Das kann man hier aufpassen. Ich weh. Ich weh. Ich weh. Ich weh. Toll, ich weh jetzt gesprungen, aber nein. Die Slum ist im Weg. Ich weh. Du musst sterben. Oh, komm her an. Ich bin ganz dumm. Ich weh. Gut, ich muss hier durchkommen. Ich meine, ich gucke mir da her. Vielleicht ist das gleich der Boss. Das wäre ja immer Zeit, nach der Länge. Was ist hier durch können? Was ist da runter? Wow, das war nicht geplant, aber... Nein, der eingebloggt ist überhaupt... Hier, ein Weg! Das gibt's doch nicht! Nein! Das ist so dumm! Alles in Ordnung! Wow! Mit Alt-Devisions! Waffen Energie! Das ist doch kein Waffenenergie, aber... Das ist ein Waffenenergie! Nein! Wow! Jetzt sterben! Das ist ein Waffenenergie! 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 Das ist das Waffenenergie! Das ist das Waffenenergie!